willkommen zu die sims 4 so jetzt mal einen kleinen überblick schaffen du willst schlafen gehen aber du isst jetzt erstmal das ist auch in ordnung sie geht es duschen und geht dann schicke ich sie dann gleich auch ins bett ja ja gut hat sie dann setze ich mal hierhin so die kleinen schlafen noch ein bisschen haben die denn haben artig wie sie sind hausaufgaben gemacht er hat hunger muss auf klo braucht spaß und ja dem geht es auch soweit gut gut sie geht dann jetzt schlafen so was machen wir wir könnten mal gucken wir haben jetzt dienstag arbeit in zwei tagen du auch in zwei tagen du in sieben stunden und muss auch im am nächsten tag sie muss in 14 stunden ja vielleicht können wir noch eine party veranstalten so dann schieben wir das dahin so dann schlafen jetzt alle gleich wacht eins der kinder auf sie sie geht mal auf klo geht duschen und dann können sie sich hier was zu essen holen so ok und du mein junge kannst noch ein bisschen schlafen dann brauchst du nur schicken wir ihn hier aufs klo dann kannst du auch hier duschen ach so sie ist vergnügt unter der dusche hat sich gerade so komisch angehört ja du kriegst gleich was zu futtern so dann muss christian auf jeden fall wieder was kochen kochen gartensalat so gleich werden wir ja sehen ob noch ein teller drin ist oder ob es leer ist so gucken wir mal ist leer ok so dann kannst du aber die auch trotzdem auch im gartensalat machen dann hat man nämlich zwei gerichte so was ist denn du willst duschen ja wieder mal duschen so und dann müsst ihr jetzt wirst du wieder vergnügt ja danach madame kannst du hier studieren und du kannst jetzt hier mal studieren gehen wie bist du schon fertig mit essen okay gut so ähm da dann kriegen die mal paar äpfel rein weil das habe ich in meinem privatspiel entdeckt vorher konnten die ja die sachen alle nicht essen die waren wirklich so du kriegst zehn rein das gleiche spielchen machen wir jetzt hier auch kriegen sie hier alle äpfel ins inventar reingeschoben so sehr schön ähm okay dann schieben wir kurz das rein so öffnen dann kriegt nämlich die können jetzt hier da essen das hat mich nämlich auch sehr gewundert äh warum sie jetzt die sachen nicht mehr essen äh dürfen weil das war immer in sims 3 eine angenehme sache wenn man gerade unterwegs war ähm und man nicht die möglichkeit hatte in der nähe eben etwas zu futtern so dann kriegst du natürlich auch ähm ähm hier paar äpfel jetzt reingeschoben so und noch drei so und du natürlich auch so 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 und du natürlich auch so haben sie wenigstens jeder halt mit etwas in not mäßiger reserve im inventar was sie dann mal gespannt wie viel die dann ausmachen so gut sehr schön ähm wie lange schläfst du denn du bist fast ausgeholt du auch so du spielst hier draußen natürlich blickblock so und sein spaß ist auch schon ganz gut aufgefüllt so so dann geh du mal auf Klo geh duschen Alanachen muss auf Klo Besuch des Direkts äh der Direktor startet der Klasse von Cindy heute einen Besuch ab alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören leider hat das Kind hinter Cindy sich entschieden sie mit irgendwas zu beschmeißen soll sie das Kind ignorieren oder es bitten damit aufzuhören wir ignorieren es aha ja das ist in Ordnung so 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 dann würde ich sagen Christian du hast ja frei du hast auch frei noch und du musst in sieben Stunden ähm mhm 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 ich hoffe es wird äh 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 mhm 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 So. Schwarz-Weiß-Party, Incognito, Kostüm-Party, Geburtstagsparty. Nehmen wir die Schwarz-Weiß-Party. Nix ist nur Schwarz und Weiß, außer deiner eigenen Schwarz-Weiß-Party. Unterhalte deine Freunde mit schwarzem oder weißem Anzug bzw. Abendkleid oder im feinsten schneeweißen Zwirn. Deine Gäste werden sich auftakeln, um so richtig abzufeiern. Zu den Gold-Level-Belohnungen gehören ein neues Musik-Objekt. Okay. Gastgeber ist unser Don. Gäste, der ist ja auf der Arbeit, kann sie mitmachen. Aber warte, den will ich als Caterager haben. Dann nehmen wir mal andere. Na gut, die und die. Dann kommt er. Er, 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 er. Dann nehmen wir sie. Sie, 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 das und nehmen wir so. Ich glaube, ich glaube, nehmen wir noch sie dazu. Und hier. Okay, das war's. Gut. So, Caterer soll Christian sein. Ähm, Mixer, äh, nehmen wir sie. Und Entertainer, nehmen wir sie dann. So. So. Okay. Und dann natürlich unsere eigene, unser eigenes Hütchen. So. 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 Gut. Ähm. Ein Klavier. Da müssen wir eben noch ein Klavierchen besorgen. Ähm. Nimm, 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 nimm. Büro. Äh, Fähigkeiten. Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich hoffe ja darauf, dass in einem Add-on wieder so Keyboards dabei, äh, kommen werden. Weil das Klavier nimmt doch immer ordentlich viel, viel, viel Platz weg. Muss man ja wirklich sagen. Ähm. Komm, platzieren wir einfach mal, ähm, 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 erst mal hier hin. Wir verfrachten dann jetzt mal das Geigchen hier hin. Das stellen wir jetzt mal, ähm, 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 was ist das hier hin? Komm, stellen wir sie hier erst mal ab. Und das Ding stellen wir einfach mal hier so hin. Und können wir vielleicht, ups, das war zu weit. So, das Klavier dann da hinstellen. So. Gut. Dann kann es ja beginnen. So, äh, Hauptziel, schwarz-weiß-Dinge sprechen. Ähm, klassisch hören lassen. Herst, Zebra-Fitz herstellen. Krabben-Cocktail zubereiten. Okay. So, ähm, du bist ja der Gastgeber. Kann ja schon, äh, laufen. Äh, Frachtkontrolle. Es ist eine ganz gewöhnliche Routineuntersuchung bei der Weltraumfrachtkontrolle Alpha. Als Silas im hinteren Bereich eines Raumschiffes ein verdächtiges Wackeln auffällt, soll er die Fracht sofort untersuchen oder, äh, oder nur die, äh, Registrierungnummer des Piloten in Erfahrung bringen? Äh, über ihn erkunden. Naja, okay. So, ähm, ja, dann kommt mal her. Ja, dann geh ich schnell. Dann, äh, hier, äh, komm, Duncan. Und dann, äh, freundlich. Schieben wir das mal weg. So, Christian, nicht trainieren. Nein, 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 du gehst nicht trainieren. Du musst zum einen, musst du jetzt hier, Gourmet, ist das hier? Ähm, ähm, ja, Krabbencocktail herstellen und danach musst du, ähm, ähm, äh, zweimal Getränk zubereiten. Ähm, einmal und so, ja, gut. So, und du kannst dann schwarz-weiß Sachen reden. Äh, mal sehen. Äh, Abfall machen. Äh, Pinguine erzählen. Was bist du schon? Dann kannst du hier, äh, Abfall machen. Ja, jits, 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 jits. Legenzo. Noosh. Uh-huh. Hin. Nobby. Cool. Oh-ho. Pam-a-ray. Bibain. Fwinta. Yalig. Moobna. Javinder King. So, dann hier Farbball machen Versuche ihn mal aufzumuntern Und dann Farbball machen Dann auch hier Kannst du auch über Zebras sprechen Dann Farbball Und Dann Farbball Farbball Ähm, Christian Du solltest doch Getränk zubereiten Du musst noch mal sowas machen Okay So, okay Und du musst aber Dann kochen Ach ne, war ja Gourmet kochen Gourmet kochen Du musst leider, leider, leider Wo haben wir es denn jetzt? Äh, Krabbencoctets Herstellen Und dann musste Du kannst hier mal Auffüllen mit Ähm So Hauptziel haben wir schon mal Sehr schön So Also Bronze hätten wir schon mal So Jetzt aber los Ach man, du sollst hier Gourmet Und bitte Krabbencoctets machen Nein So Trinkt ein Drink aus So So Und jetzt Äh Sender wechseln Klassig Und Dann kannst du Hier Äh Zuhören So Hörst du jetzt So Und dann Äh Zusammen Zusammen Klassiker So So Und da Kannst du dann auch Äh Zuhören Äh Zuhören Klassiker Musik So Alana Alana bitte So Krabbencoctets ist erledigt Jetzt Äh Dann kannst du jetzt noch mal Äh Gourmet Dann machst du noch mal Jetzt Hier Das So Hörst du mal auf So Dann macht da noch Und Da So Hört ihr jetzt Ach Mann Jetzt hört mal auf Und So Komm hier Äh Zuhören Klassik Musik Muss ich mal Warum wird das denn nicht registriert Äh Mittel So So Neh Sieht das da aus So Und Dann Äh Äh Zuhören So 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 Du Das Zuh Alana Ach Mann Jetzt hör doch Warum wird das denn nicht registriert So So Komm hier Zuhören Klassik Musik Zuhören Klassik Musik Ah Abdon hat aufgehört Nee Ach sie geht zur Arbeit Dann kannst du eben hier Äh Zuhören Klassik Musik Nur Silber Ja weil die nicht zugehört haben Naja Können wir halt beim nächsten Mal nochmal probieren Äh Ja Da gehen sie dann alle hin Machen wir halt ein andermal Erneute Versuch Es wurde einfach nicht registriert Äh Dass die alle zugehört haben So Dann kannst du das hier noch eben Äh Zu Ende kochen Dann kannst du Äh Ach die Anlage hier hinten ist kaputt Bäh Bäh So Äh Alana ist Auf der Arbeit Dann kann sie fleißig arbeiten So Und dann Kannst du Ja Wenn du das gemacht hast Dann machst du als nächstes Deine So Dann machst du jetzt Na wie lange willst du denn da noch spielen Ja hattest du einiges angeschön So ne So dann kannst du Hausaufgaben machen So lieber Don Du musst doch noch Äh Hier Hausaufgaben helfen Richtig Ähm Äh Äh Okay dann komm mal hierher Dann wird der nämlich jetzt hier Äh 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 Bei Hausaufgaben helfen Die zwei da hinten flirten Miteinander So Äh Auftritt Auf dem Schlauch Während eines Auftrittes Bei einer Privatparty Steht Alana plötzlich total auf Auf dem Schlauch Wie leut Wie lautet die nächste Zeile Sie kann Sie kann Entweder Improvisieren Oder abbrechen Und ihre Gesicht Warn Improvisieren Ähm Jawohl Alana ist total Auf Erfolgskurs Der Kurs ist jetzt Noch besser als vorher Sie muss Ihn Sich Unbedingt Aufschreiben Bevor Sie ihn vergisst Okay Hausaufgaben Fertig So Dann kannst du Jetzt deine Zusatzhausaufgaben machen Und Du kannst Wieder Bei den Hausaufgaben helfen Was Sehr schön So Dann können wir das Verbiegen So Dann müssen wir gleich Noch einmal Aber Die Kleine Muss ja Noch Hausaufgaben machen So Dann kann Silas hier mal Säubern Ach ich geb ihm einfach Stop Ähm Putzwagen Dann kann Macht er alles sauber was Ach er hat das Waschbecken geschrottet Ja Ja Was macht Sack wie er spielt So Wie sehen deine Fähigkeiten aus Äh Und für die Schule Scheint Jetzt auch Anders zu sein Äh So Und du Kannst dich Dann hier Anschließend Programmieren Äh Programmieren Üben So Madame Dann kannst du Jetzt Deine Hausaufgaben Machen So Komm mal Hierher Wo ist die Kleine Da ist Die Kleine So Mein Mädchen Wo setzt Du dich hin Um deine Hausaufgaben Zu machen Auch an Den Tisch Gut Dann kann Ja dein Papa Dir Bei den Hausaufgaben Helfen So Dann hätten Wir das Auch So Dann Hat er Auch Seine Sache Soweit Erledigt Ist Jetzt Also Genauso Weit Wie Hier Unsere Alana Jetzt Liegt Es An Den Zwei Kindern Halt So Dann Kannst Du Anschließend Sie Herein Bitten Zum Glück Haben Sie Bei Dem Bestreben Das Auch Abgeändert Wir Müssen Jetzt Nicht Mehr Da Dem Partner Beruhigen Wenn Wütend Das Ist Auch Gut So So Bist Bist Du Noch Immer Beim Putz Wagen Geschirr Spülen Höchst Wahrscheinlich Bist Du Noch Fleißig Am Putzen Danach Kannst Du Hier Reparieren Da Reparieren Das Ist Noch In Ordnung Gucken Wir Eine Etage Höher Ähm Gut Ähm So Dann Werde Ich Hier Den Part Jetzt Auch Äh Beenden Schön Dass Du Dabei Warst Schön Wär Es Wenn Du Auch Im Nächsten Part Dabei Sein Würdest Ich Wünsche Dir Auf Jeden Fall Einen Schönen Tag Einen Schönen Abend Viel Spaß Und Bis Dann Tschüss Tschüss